herzlich willkommen zurück bei ttt und heute mit einer etwas kleineren runde hätten wir zum beispiel den reaper den jojo und die freydis der ein oder andere wird vielleicht noch nach joinen und ja es gibt neue items das wäre so surprise gewesen ich wollte dem hasen noch mal eine special ansage widmen aber das habt ihr mir jetzt versaut ein special ansage ja ja naja gut also ich mag ja puterzucker lieber freund aber nicht im arsch naja gut wie gesagt ein paar neue sachen haben wir drinnen und dann lass uns jetzt mal fröhlich töten ich bin übrigens inno ich hab ich hab voll die geile waffe ein laserschwert sind kann einfach keine einzige waffe ja und schützt das ding war nicht ein paar woher nicht was machte sehr klar hier liegt munition aber keine waffe dazu war nicht schlecht als erneut fußes eingeschlafen hat ich weiß schon dass auf der anderen seite hier reingucken man hier reingucken kann aber man kann hier nicht durchschießen also könntest du mich jetzt bitte wieder aus diesem raum raus lassen ich überlege gerade vielleicht bist ja traitor dann ich heb dich da drin erstmal auf kannst du wenigstens eine waffe geben eine tode oder so ich gucke auch gegen die wand oder ich pack einfach meine waffe weg aber so ganz ohne alles fühle ich mich sehr nackt hallo was macht ihr da draußen komm doch raus normalerweise ich weiß gar nicht warum das ist normalerweise eine gaskammer aber irgendwie geht das ja du musst die zwei knöpfe links und rechts habe ich gemacht aber das geht nicht deshalb konntest du mich nicht vergasen welche knöpfe ja daneben an direkt der raum wo bist du denn ja guck mal jetzt wird es vergast bist du sicher dass es nur um ihn liegt ja eben war sie drinnen hat da hat er hier error gemacht als ich drauf gedrückt habe ja also kann man die fensterscheiben hier nicht zerschießen nur manche voll bescheuert jetzt hat sie jetzt zum beispiel links das haus ja ich glaube immer noch mit gläser später rum da kannst du jedes fenster oben rum zerschießen und auch rausspringen auch noch da geht er nicht rein ja ja ich gucke nur ob da drin irgendwie eine waffe liegt da liegen keine waffen ja da habe ich schon alles zerstört da lag nur munition aber hier liegt eine ja ich glaube auch hier geht auch ja wie viele schmerz haben wir haben einen Trailer und leider kein Deter oh amt kein Poisongang so jetzt habe ich eine schöne waffe ja toll für Jojo ist das ganz schwierig gelaufen ja zum Arsch ich kann aufgeben wo ist der Button zum Zierenden irgendwie macht mir dieser Aufzug sehr viel angst er macht mir zu viele geräusche bekommst du nach unten ins wasser und dann trinkst du da ist schon unheimlich hier unten alter also klub aneinander mein video anguckt der wird sich jetzt sagen die ersten vier minuten überspringen ich mal voll das creepy feeling vielleicht schaffe ich ja fünf minuten äh nicht viel für eine ganze Aufnahme aus Ladebildschirm durchzumachen das wäre schreiße also das kann man auch nicht aufschließen ach hier bin ich weißt du was richtig scheiße wäre wenn das meistgesehene Video wäre vom Channel ich bin gerade weggegangen ok dann kam ich halt hoch ich komme gerade nicht die Treppe hoch hey Reaper alter vor allen Dingen sie sagt noch ja hier unten ist bla und auf einmal kommst du um die Ecke als sie und tot ich bin an Fallschaden gestorben links neben mir links Reaper da bin ich an Fallschaden gestorben ah deswegen war ich ein kleines Embryo nur mitten beim Neck so jetzt bin ich Jojo nee du bist Reaper bei mir oh nee ey das war so geil ich komme da hochgelaufen beim Jojo rein ist so oh Moment du bist als Freight ist da drin Map Change? MyCraftCity die Mappe scheiße hier ah scheiß Teil das hat sich nicht eingestellt Map Changes in one round ja hat sich nicht eingestellt naja machen wir ein Map Change mit ja MyCraftCity ich hab was anderes gewählt ich hab gar nicht gewählt ich hab was anderes gewählt ja nee ich bin da ne eigen ich bin da sehr eigen wenn es um sowas geht ja ich mach mir ne Versicherung nicht überall und vielleicht bin ich gar nicht versichern Manuel Neuer ja vielleicht bin ich nicht versichern Manuel Neuer ja vielleicht bin ich nicht versichern Manuel Neuer da können sie sich versichern Na Jojo? Na Reaper? Schieß doch auf mich bist du tot Na ja nicht wenn du einen Headshot ey du kleine Weeper ist es Nein ich bin sie OOOOOO Weeper ist es Nein ich hab das Ding Snap bei ne Hand Eeeh Au Ich hab die Musik nicht Gibst du Weeper du bist es Oh Nein Freak Freak schießt die Hand Ja Weeper das hab ich dir jetzt einfach mal Freak ist es ist er Freak ist es ist er das hat ja schon so ein riesen AOE du triffst trotzdem nicht Ja aber du musst du musst bei dem Ding ein paar Sekunden warten bis du abdrücken kannst Ja weil da ist da kommt wieder der echte Freak raus da kann er wieder nicht spielen hier liegt Freak ist dann macht er ihn auf Manuel Neuer Oh Okay Okay Wenn ich da liege und du auf eine Freak aufschießt Was denkst du Wer war da wohl der Traitor Meinst du Moment mal hä Hier schlicht eine Freak ist Wieso kann denn da eine Freak ist stehen Ja ich wollt mir grad noch ein Juggernaut holen darum Ich hab dir nur noch LOL geschrieben weil ich mir dann so dachte Klappt nicht Ich weiß nicht mal was Junkala ist Ich auch nicht Ich auch nicht Ich hab einfach gewählt Geil jetzt müssen wir die alle runterladen und die Folge zieht sich noch irgendwie um 10 Minuten oder so 10 Minuten Das wird ne eigene Folge im Speyerbildschirm Wir machen dem Hasen Konkurrenz Ne die Karte müssten wir alle haben Das Geile ist der Hase lädt die ganze Zeit und jetzt muss er eine neue Karte wieder laden Ich bin immer noch bei den Waffen und ich bin immer noch bei der Fick kam Ne wir laden grad die nächste Waffe Ach dann das dauert dann nicht mehr lange Hasi Ja ja Alter WTF was ist das für ne Karte? Das ist voll die hübsche Karte Aber voll die keine Ahnung Hab ich wieder voll geilen ausgesucht wollte Ich hoffe Also Reepa bei mir läuft schon wie ein Jesus rum Ja so rennen wir alle rum Wie läuft denn ein Jesus rum? Guck dir alle an Mit gespreizten Armen Mit nem hohen Kreuz Mit nem hohen Kreuz Jo Reepa wir sind die beiden einzigen bei mir Also ich hab so das Gefühl dass wir da nicht reinspringen sollten Das ist ein riesiges Loch Hey hier fehlen mir sogar Texturen Ich würd da erstmal gern auf die Map raufkommen Und da oben hängt ein Error Was ist dieses Error? Ich auch noch so ähm Bis zum Kanal Wie ein Workshop Ja wer bei mir jetzt gerade Video guckt Die ersten 9 Minuten im Ladebildschirm Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Wir sind immer noch im Ladebildschirm Aber Respekt dass du bis dahin durchgehalten hast Das ist auch nicht der Ladebildschirm Sondern Manuel Neuer Hallo Ich dachte wir machen einen Lasersperrt-Camp Warte mal ich möchte mal kurz was gucken Das wäre so geil wenn man beim Doppelgänger irgendeinen Namen eintragen könnte Und irgendjemand sagt das an Manuel Neuer Ich möchte erst was gucken Vielleicht bin ich ja gar nicht im Ladebildschirm Sondern Manuel Neuer Hey Manuel Neuer rennt hier rum Schieß den, na schieß den Also ich denke mal meine Folge wird Manuel Neuer heißen Na ja vielleicht wärs auch keine Folge sondern Manuel Neuer Na ja wie ist klar Das Haus ist aber ein bisschen merkwürdig stationiert Warum? Ja weil er da nicht reinkommt Naja weil er da nicht reinkommt Die Möpfe ist aber echt schön Ich weiß doch irgendwas was das ist BOM Jetzt tiltet euch Steht ja wohl inzwischen klar Hallo Ich war gerade noch am abfeiern Kick and Basset Ja meine Leute feiern auch noch Und was macht das jetzt? Ja Hase die Leute die bei dir gucken Das ist ein Orbital Beam Was machst du Rick? Die Leute die bei dir gucken die sollen mal bitte in die Kommentare bei dir schreiben Ob sie das denn komplett durchgezogen haben Ja genau Von Anfang bis Ende Einfach einmal durch Das war ne Folge Da hinten ist ein Error Da fliegt ein Error Bestimmt irgend so ein Schwein oder so was da gebraten wird Ja aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht was dieses Orbital macht Das ist ne Orbital Ne Plasma Kanone Nen Ionenwerfer der aus dem Himmel schießt Aber er macht keinen Schaden Doch das ist ein One-Hit Warum ist er nicht gestorben? Ich hab auf dich gezielt Ja weil ich weggelaufen bin Juhu ich bin auch auf dem Map Warum ist er nicht stehen geblieben? Ich bleib doch bestimmt nicht beim Orbital blieben stehen Ich bin echt bescheuert Ich wollte aber testen Du kannst ihn auch für sich auch auf dich wenden Sieh einfach unter dich Chillige Map Ich bin so billig Das hab ich geil gemacht Nur noch nicht fertig wie scheiße Der Riefer werde ich stehen bleiben Die wichtigste Information auf meinem Bildschirm ist momentan Das ich mit 50 Frames pro Sekunde aufnehme Hohoho Aua lass den Mist Du brauchst so anzugeben Hase Natürlich, was soll ich sonst tun? Soll ich angeben, dass der gelbe Kasten mit dem komischen Smiley im Freitas schießt auf mich Der schießt auf dem Boden Ey ich hab nen neuen Skin dafür Ja für deine Zuschauer Hase Das ist ja ne Map im Dschungel mit Vulkanen und sowas Damit die sich davon auch mal bildlich ein Bild machen können Du meine Leute sind die Map einwandfrei im riesen G und unten im Smiley Ich bin die ganze Zeit Trader und gewinne und gewinne und gewinne Schade Hier entsteht in Kürze eine TTT Folge Hm Vielleicht sollte ich einfach jetzt anständlich gehen Manuel Neuer hinlegen was hinten pflastern Das ist nicht das ich mag, sondern Manuel Neuer Gerne? Ich hab doch gar nicht geschossen Ich mag die Musik Warum schwebst du wie Jesus über die Map? Du bist Traitor ne? Nein Er lügt Ich seh es genau wie er lügt Aua Das meine dreht sich jetzt nämlich Was hast du lügt? Juli und ich haben uns selber umgebracht Ich bin ins Wasser abgerutscht Ich bin auch an einer Stelle runtergefallen Da hat man keine Chance mehr wegzukommen Du wirst in Sekunden zerfressen Dieser Jesus-Mod ist voll kacke Ich seh nicht ob du ne Waffe auf mich richtest oder nicht Ja 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 das finde ich gerade jetzt bei dieser Map finde ich das gar nicht mal so schlecht Haben wir das alle oder was? Jaja haben wir alle Wir sind alle ein Stück Jesus Das finde ich jetzt gerade mal gar nicht so schlecht Weil da kannst du da nicht sehen ob derjenige auf einen zielt oder nicht Du merkst es erst wenn du eine Kugel im Kopf hast Na gut ein Laserschwert sieht man anscheinend Ja Vielleicht doch nicht Du bist Manuel Neuer Nein man sieht das nicht bei mir läuft Reaper mit einem Laserschwert in der Hand nach unten hinweg Ja gibst du Freddy's Vielleicht ist es auch Manuel Neuer Ja Also wir beenden schon unsere Sätze Mhm In einem unbekannten Land Eine Biene sehr bekannt Diese Biene die ist meine heißt Freak Reaper läuft jetzt eigentlich immer einmal im Kreis um den Vulkan rum Glopp Glopp Lass doch sein Ding Da liegt bestimmt eine Diegel Die Diegel liegt auf der Bank Äh auf der, 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 der Brücke Ne hier drin war eine Diegel die hab ich mir aber geschneit Ich hab auch eine Diegel Auf der Brücke Auf der Brücke liegt eine Diegel dann lauf ich weiter und hol mir die Shotgun ja und dann bin ich ausgestattet Und Freight ist es die ganze Zeit hinter mir mit einer Shotgun Ja Ich will hier nur Da hätte ich aber wohl Angst vor ihm Jojo verfolgt mich Oh schade Ja sorry dass ich hier nicht so alleine sein will Ach du hast auch eine Diegel zwischen den Füßen Aha Du hast bei mir eine in der rechten Hand und die zeigt nach unten Ja und deine ist zwischen den Füßen Mhm Zwischen den Füßen Wir werden's jetzt Ja meine lieben Zuschauer wer bei mir zuguckt 15 Minuten sind jetzt durch in diese Verrücke Ich hab nen herrlichen Ladebildschirm Ja warum nimmst du das denn auch auf? Ja äh Da äh Reepa der Jojo ist ein Mörder Guck mal nach rechts unten da liegt ne unidentifizierte Leiche Headgrip Oh ich will die ganze Zeit auf ne Waffe äh auf mein Wo habt ihr den Shotguns her? Die liegen hier überall Au Ach man ich wollte die ganze Zeit länger fett Hey Player Hase Ne bunter Hase has joined the game Näh Du lügst Das ist nein 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 der ist ich da Das muss Manuel Neuer sein Ne ne Bunter Hase das steht bei mir Nein Manuel Neuer Ich vermute mal dadurch dass ich der Server Host und Admin bin Hab ich das halt bei mir stehen Manuel Neuer Ja das hast du bei dir stehen weil ich hab jetzt bei mir abbrechen gekleckt weil es mir so angekotzt hat Als hab ich ihn nochmal neu auf den Server eingeladen Und jetzt sende Client Info Na ja siehste Ich obfere mich den Vulkan Och Mano So und damit ist der bunter Hase jetzt auch dabei Jetzt kann er seine Aufnahmen starten Meine Aufnahme läuft Oh hier sind wir cool So alles klar der Hase ist da dann vielen Dank fürs Zuschauen ne Hahahaha Hahahaha Das war nicht der Hase war der Manuel Neuer Boah Also wenn ich für jedes Mal wo ihr diesen Namen sagt tausend Euro bekommen wäre äh Hätte ich... Dann wärst du jetzt Manuel Neuer Hahahaha Hätte ich dich direkt operieren lassen Oh Gott Für das Geld Für das Geld Also als du will auftreten Oh ne dafür kaufe ich mir gleich den Doppelgänger Hey was hilfst du da mir hinterher? Oh ich hab ne Textur nicht Hier hab ich ne Textur nicht Überm Vulkan? Die haben wir alle Bei mir hängt da Manuel Neuer überm Vulkan Oh Bei mir ist er genau am Target Hehehe Ich geh weg Komm nicht näher Jojo Komm Warte doch mal Ich werd mich vorhin schon dem Vulkan auffahren Ich werde von Reaper fallen Also wenn wir da nicht mitlegen und ich verbrenne Das ist die Sache die ich mich frage ob denn was passiert Also ich verbrenne jetzt dann verkuckelt dein Körper Hahahaha Hey was ist das denn? Hey der ist ein Flugzeug rum Das ist Manuel Neuer Jetzt hört endlich mal auf Ach man dann ist es halt Oliver Kahn Na Freak Was ist dir lieber Reaper? War Kahn oder Neuer? Kann ich schauen ob das ne Wand ist? Ja Ich hab ja auch zu dir geguckt Aber ich find das typisch so wenn einer nicht Hehehehe Da kommt er eh schon nicht so gut hoch Yeah Flammenverteilung Und ne Discomo komm Ja Alles runter von der Insel Krass was war denn das? Wieso brennt hier die Luft? Hehehehe Fredis? Die Luft ist hier etwas rein Ich hätt dich jeden schon töten können Ich hätt dich jeden schon töten können Hier ist ne brennende Atmosphäre Insee! Let's go Oh Gott wo ist denn die hin geverlogen? Ach da und Was macht Jojo denn da drin? Na ich huck hier in meinen Bauch Na los Traitor du hast nur noch 3 Minuten Äh nur noch 3 Minuten Pfff Fredis was du Was?! Nein ich hab keine Ich hab keine Dings geworfen ne Ich hab dich nur mit Rechtsklick angestupst Okay mach da ne Disco rein Ja plus Discomo Die hab ich nicht geworfen Die hab ich nicht geworfen Ich habe eine Smokerenade dabei Die hab ich aber auch abbekommen die Discomo Ja aber die Disco war ich nicht schuld Ich wollt nur so ein Stück rein gehen Ich habe Autoschatkart Vergiss es Ah ne die gelass da auch ne? Ja klar Ich glaube, das war Jojo, weil er genau da hingeschossen hat, wo ich stand und das ist auch da eingeschossen, wo ich gestanden habe. Das war Jojo, weil der Hase kennt die Waffe doch gar nicht. Alle auf den Jojo! Wenigstens finde ich die Musik nicht. Ich war umschießen, ich war umschießen. Ach, das ist hier ein Nilpferd oder was? Ne, das sieht aus wie ein Maul hier. Wo ist der Reaper? Wo findet Anna mit deinem Nilpferd? Was zum Teufel, ich geb ihr einen Kopfschuss, sie stirbt nicht. Ich war auch gleichzeitig im Abdrücken, wie du. Wir haben nur eins, Raider. Ja, ist doch auch wichtig, wir sind ja auch nur fünf Leute. Ne, bei fünf Leuten hatten wir noch zwei. Ne, Anna passt schon. Anna passt überhaupt nicht, ich hatte ja nicht mal an den Kopfschaden. Jetzt müssen wir mal wieder richtig haben. Ah, verpiss dich! Was bist du denn so rot im Gesicht, Freak? Vor allem, man sieht es ja nicht mal, wenn sich der Charakter hinhockt. Ne, sieht man auch nicht? Nein! Seht ihr mich hocken? Wo bist du denn? Deswegen kann man auch keinen Kopfschuss geben, wenn man sich hinhockt. Nein. Eh, stimmt. Wie geht denn das? Hey, es ist halt jetzt alles etwas schwieriger. Ja, das heißt, ich darf jetzt nur noch auf die Füße ziehen, wenn ich Kopfschüsse noch rein will. Also, mich hast du auch nur, glaube ich, einmal erwischt. Im Hasen habe ich einen Insta verpasst. Selbst wenn der Freak das einen Kopfschuss gibt, die merkt das doch gar nicht. Oh! Oh! Also, eins, eins, ganz ehrlich, eins. Sorry, die habe ich im Preparing geworfen. Ich bin jetzt schon das, die dritte Folge, wo wir jetzt aufnehmen, bin ich schon das tausendste Mal irgendwie Eno. Ich hasse es. Ich bin auch die ganze Zeit nur Eno. Au, 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 das ist nicht einer. Ich nicht, das siehst du doch auch, ne? Aua, au, au. Nein, ich habe auch gerade einen abbekommen. Ja, klar. Ich habe einen Diegel in der Hand, Mann. Was ist der Freak? Da, schon wieder, aber schießt auf mich. Ich schieße auf dich, weil Reep gesagt hat, dass du es bist. Ich bin kein Reeper. Ja, das war der Einzige, der aus dieser Richtung schießen konnte auf mich. Ey, hört doch auf! Ich habe wirklich nicht auf dich geschossen, Reaper. Loll! Okay, ich höre nicht mal die Musik dazu. Alter! So, Beweis genug jetzt hier. Nein! In die Haus. Wer prügelt seine Tastatur kaputt? Ich bin es ausnahmsweise mal nicht. Auf nich嗎? Du... Na, don't know what to do? Ich bin kein breakout. Daäääääääääääääääääääääääääääääэтääääääääääääääääääääää... Oh, genießt doch mal die schöne Idylle hier auf der Insel. Da würde ich nicht immer so einen Lärm machen. Da er jetzt nur noch lebt, war er jetzt bei Trade, okay. Das kann gut sein, ja. Ja, ja, Glückwunsch. Big, was hast du da in der Hand? Einen Error. Bei mir ist es kein Error, was sollte es denn darstellen? Das ist ein Raketenwerfer. Du kleine Nudel, der hat mir Schaden gemacht. Wie denn? Keine Ahnung, der hat mir Schaden gemacht. Aber die Runde war doch schon vorhin. Explosive-Waffen machen nachdem die Runde beendet ist, trotzdem mal schon. Cool. Immer kurz kleine Sekunde. Damit der Leut da rumbringen kann. Kostet dein Karma aber trotzdem. Nein. 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 Außerdem bin ich Jesus. Das geilste Karma von allen. Alles, was im Preparing und in der Round-Over-Phase passiert, kostet kein Karma. Ist ja langweilig. Ey, ganz ehrlich, wenn Jesus jetzt so ein Spiel spielen würde, würde der Karma verlieren? Ich denke nicht, oder? Der wäre die ganze Zeit im God-Mode. Also ich weiß nur, dass wir jetzt tatsächlich, ich weiß nur, dass wir jetzt ausnahmsweise mal alle tausend Karma haben. Ja, weil wir das Spiel endlich mal verstanden haben bei Folge 50 oder so selbst. Guckt euch das an, wenn man die anschließt, dreht die sich im Kreis. Dreh dich wieder. Ey, wieso dreht die sich nicht mehr? So, wieder da. Jetzt. Doch. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Was? Ich bin gerade erst wieder da gewesen. Ich wurde angerufen. Yeah. Ich hab schon wieder Spaß in der Waffe. Yeah. Achso. Warte, ich schieße die zurück. Warte. Ui. Du musst nur kurz eine Waffe holen. Ja, hallo. Warte. Warte, sonst kommt die hier. Nein, du musst die da so an die Ecke treffen. Also an das Magazin. Dann dreht die sich. Meinst du an der Ecke oder an der Ecke? An das Magazin hier. Das ist so ein Magazin außen. Will dich nicht erwischen, ne? Freak. Was denn? Ja, wir müssen sie erstmal wieder zurückschießen, weil sonst haben wir sie gleich im Wasser. Warte, ich schieße zurück. Ein Männchen in den Dings rein. Wenn ich tot bin, war's Reaper. Das sagte der, der auf mich bezielt hat. Ich hab ja auch nie gezählt. Ich hab ne Insigni-Vulkan gebraucht. Alter, ich bin so gewohnt an CSGO, dass ich ganze Zeit denke, dass ich mich wegdrehen muss. Der Halle, Richtig. Wink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink,ink. Wer schieß denn da rum, was du bist? Das ist ne Glock. Ja, kenn ich sofort. Wäre schön, wenn die auch so schnell wären, CSGO. Der macht kein bisschen Schaden, das Schatzteil, also von daher. Was? Die Glock. Wo? Cisco oder hier? Hier. Ja, Cisco findest du ganz gut. Hey, die drehen sich ja alle so, wenn man die an den Magazinen anschießt. Warum steht Freak jetzt da hinten und hier steht der Wunderhase? Wollt ihr nicht gegenseitig gleichzeitig abschießen? Ist Freak überhaupt da? Ja. Bitte nicht töten. Nein, ich möchte eine, äh, wie nennt man das, äh, pute, äh, ne, nicht pute. Oh ne, lass doch mal den Freak in Ruhe. Head grab! Wo? Oh, du Scheiße. Gleichzeitig. Auf einem Platz. Also Jojo war's nicht. Ja, ich tippe auf Reba. Das steht da hinten in der Ferne. Nein, 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 ich hab immer noch die Sniper in der Hand. Was ist mit Hase? Sau, ich wurde angesnippert. Also ich kann definitiv sagen, dass Freak und... Okay, Jojo, bitte, man noch verbrannt, was zieht da? Ich versuche mich hier gerade zu opfern, aber irgendwie, ich bekomme Komm Schaden. Immer nur einen. Ich will dieser Technik auf den Grund gehen. Bunter Hase und Freydersons. Ach, wieso ich? Nehmen wir zwei Trennen. Freydersons ist es! Ey Freyders, lass mich, lass mich! Okay, okay. Was? Gut, wer ist jetzt da hinten gestorben? Ach, Mann, ihr seid doch solche Spielverderber. Jojo, ich lass dich und dann schieß mich einfach hinter Rücks weg. Der Hase. Du hast schon einmal auf mich geschossen, natürlich war die ganze Technik schon im Arsch. Ich hab dich aber doch dann in Ruhe gelassen. Letzte Runde. Ich wollte sie gerade abdrücken. Er hat mich Reaper getötet. Letzte Runde. Der Hase? Ja, super, letzte Runde, genau, toll. Jo, Hase, das war heute in der kurzen Folge, oder? Ach komm, wir kriegen noch zwei Runden hin. Komm, also, was sagen Sie zu diesem Thema? Dass Ihre Folgen immer kürzer werden. Ey, meine Folgen sind nicht kürzer, meine Folgen sind nur langweiliger. Ach, was sagen Sie dazu? Verpiss dich doch mal früh. Äh, wer hat denn gerade eben eigentlich diese Combo gemacht aus Headcrap und dem anderen Ding? Wer war das? Ich hatte das andere gemacht, diese Musik. Achso. Sieht eigentlich hier voll alles schön aus. Die ist voll hässlich hier. Also, zu Reaper, dir trau ich jetzt nicht. Ich würde auch nicht. Freitas, nimm die Waffe wieder weg. Fuck. Oh, nö. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Jetzt lässt du deinen Schwestern nicht mal eine Waffe tragen. Oh, Reaper, ich vertraue dir doch wieder. Ist er tot oder was? Nein, nein, ich laufe gerade zu der Leiche hin. Ja, ich bin konfirmt, Inno. What is? Ja, sowieso. Das Ding ging ja auch nicht. Weil ich frail ist irgendwie ein Nutztabli hat von mir direkt ein Insta-Handy gestiert. Gut. Dann bleibe ich mal bei Reaper. So, es gibt nur noch Jojo und einen bunten Hasen. Ja, und mich. Also, ich könnte auch noch trainieren. Ja, aber du hast den Dings auch abbekommen. Achso, dann ist es Jojo. Wieso? Weil du es bist. Hase, dir Traum warst du nicht? Du kannst auch nicht sein. Also, ich schieße sofort auf Jojo, wenn ich ihn sehe. Oh, nö, Headcrap. Nein, 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 ein Granater. Achso. Auf, angeschnippert. Gut, dann ist der Hase auch confirmed. Ist der vorne. Ich sehe ihn nicht. Ey, das Ducken ist doch so behindert gemacht. Ich verstehe vor allem nicht, warum Reaper mich einfach töten durfte. Warum du, warum ich dich töten durfte? Du hast in unsere Richtung gezielt, hast den scheiß Friendship Beam rausgenommen. Den habe ich nicht über Zoom gesehen. Das war das andere. Und danach kam das Teil und ich habe genau gewartet, bis ich den Sound gehört habe und dann habe ich abgedrückt und du warst instant tot. Ja, schmeiß mich doch runter, Freak. So, das ist jetzt aber die letzte Runde. Das ist so ein Scheiß, man kann nicht mal mehr richtig zielen, das Sniper. Das macht nichts, vor allem, ich habe dich abgelenkt und jemand anderes hat dich gekippt, das finde ich toll. Ja, ich. Schieß den Leuten einfach nicht. Ich habe geschnippert. Ich bin ich bei C's, go. Bringt ja auch nichts. Jojo, werd nicht gekippt. Also ich habe auf, weil Freak ist auf dem Brustkorb gezielt gehabt, genauso wie bei allen anderen auch, wenn ich Sniper und das war direkt für uns. Ja, Freak, genau, jetzt gehe ich mal eine andere Runde und du rennst mir genau wieder vorm Gesicht rum. Geh doch weg, du behinderte Jesus. Geh doch kurz nachschreiben. Ich schlag dich auch sonst an. Okay, bin mir da. Und die denn? Ey, lass mich in Ruhe. Ey, Sniper. Warum? Also ich bin es nicht, ich habe eine Schone in der Hand. Jojo hat es nicht schwer in der Hand. Aber wer hat mich gerade angesnipert. Da unten ist der bunte Hase. Ich habe eine Schone in der Hand, das siehst du, ne? Ich habe auch eine Schone in der Hand. Was machst du da? Ich habe eine Schone in der Hand. Das sehe ich. Prinzip. Lass mich in Ruhe. Die Waffe austauschen gegen diese hier. Jetzt habe ich eine Diegel. Oh, dann bist du. Ich habe eine Diegel. Oh mein Gott. Fuiq ist gerade abgerutscht und schwimmt hier in der Lava. Nein. Doch. Hör so. Der schwimmt direkt hier vor mir in der Lava. Warum bist du, stehst du in einem Feuer drin, Jojo? Weil ich es will. Ich auch immer da hinten beim Flugzeug ist, lass mich in Ruhe. Ich möchte mich eigentlich nur verstecken. Ich will deswegen in der letzten Runde meiner Sache da auf den Grund gehen. Ob da wirklich irgendwas cooles passiert, wenn man sich hier opfart. Wer ist das kleine Köpfchen da hinten? Wieso haben wir mich jetzt auf alle im Target, habe ich das Gefühl? Hase und Reaper. Ich glaube, der bunte Hase ist es. Nein, ich bin es nicht. Ja, also Freak kann es vielleicht gewesen sein. Wer ist das kleine Köpfchen da hinter dem Steinchen, direkt gegenüber von mir? Soll ich mal abdrücken? Nein. Also siehst du, ich habe nur eine ganz normale Waffe in der Hand, wie du siehst. Ja, im Moment sehe ich gar nichts. Der bunte Hase steht hinter dir, Reaper. Ich weiß, dass er hinter mir steht. Ja, noch 18, 17. Erlösen wir den mal da drin. Nein, 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 nein. 10, 9, 8, geht weg. Was? Hey. Ich habe Jojo umgebracht. Au! Wieso kennst du ihn? Weil er die ganze Zeit eh sterben wollte. Na und? Das stand doch da drin, da, in dem Feuerding da. Und es hat nichts gebracht, dass er sich geopfert hat. Da liegt die Leiche jetzt oben drauf. Mhm, und was war denn? Äh, keine Ahnung, aber ich kann nachgucken, wenn ich jetzt nicht ab... Au! Afraid ist es es. Wie kleine Kanickel laufen sie davon? Das war scheiße. Okay. Was? Ich bin ja hin. I bin ja hin. Ich bin ja hin. Ich bin ja hin. Jawohl. Oh, mein armes Karma. Jojo, du Sack. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.